34 und da hast du noch eins jetzt mal wieder zu kurz jetzt ja und dann hättest du noch den vierer drücken müssen so wenn ich das zweimal drücke dauert es länger blöde mein karts fahrt einfach so du hast genau in der richtung gesteuert was war das denn ja das ist irgendwie komisch egal das ist gerade wieder in die andere richtung gefahren ich weiß nicht das ist voll lustig dass mein karts du musst aber direkt danach den anderen drücken sonst bringt das nichts zu spät ich habe so auf ein neues das ist das magische mein karts ich habe keine ahnung ich habe ja auch über blau ja ich habe ja auch über blau gelacht achtung über dir strom das ist kein strom das ist wasser das ist höchstens ein wasserstrom ich kann hier nicht so geschafft und sagt du musst mir die tür öffnen irgendwie ach wie denn nein du musst nein du musst das auch machen aber doch du musst das machen was ich hier auch gemacht habe anscheinend irgendwie einfach leer tasten gedrückt halten ach das weiß er selber nein ich bin zu dumm dazu nein bist du nicht hochgeschafft ja das hat geklappt und wieder ein bett dunkler gang ich habe grafikerstellung aber auf hell bau düster auf düster sieht man gar nichts auf hell so gerade was alles hier mit einem knopf spuckt mein kart aus so halte weh gedrückt um loszufahren ja ab geht der fisch was ist passiert was ist passiert was ist passiert ich bin in den zwischenraum von den dispenser und dem stein und komme nicht raus und bekomme ich bin nicht in den zwischenraum ich bin in den zwischenraum Echt? So. Was ist das denn jetzt meins? Du bist in deinem Gang gerade drin. Ja? Ist das mein Gang? Nein, das ist nicht mein Gang. Das ist doch nicht mein Gang. Nein, ich bin doch hier gerade mit dem Minecraft hergefahren. Ach so. Hier liegt doch noch das Minecraft. Sag das mir doch. Was ist das denn? Und hier hinten ist nichts. Oh, was ist passiert? Ich kann so einen Knopf hier drücken. Ja, ich auch. Cool. Wo bist du? Ach, da hinten. Ich mache mich erstmal in Game Mode Survival wieder. So. Hallo Fabio und Elaine. Hier ist es eure Aufgabe, eine Redstone-Leitung von der Fackel zum Repeater zu legen. Dafür braucht die 14 Redstone. Diese findet ihr hier im Dorf in Kisten. Ich habe es euch leicht gemacht und mehr versteckt. Ja, das ist aber nett. Okay. Oh, ah, du machst dich schon an die Aufgabe. Hier, im Wasser ist Wetten was. Habe ich doch gesagt, überhaupt nichts im Wasser, wusste ich es doch. Da oben ist eine Kiste. Okay. Einen haben wir schon mal. Hier ist bestimmt auch noch... Yo, zwei. Drei. Hier ist bestimmt auch noch was. Nee, doch nicht. Das ist ein Spawner, schön. Wir sollen doch auch friedlich spielen. Einfach, nee, ich einfach damit Tiere spawnen, wahrscheinlich. Oh mein Gott, der ist eben ein Wetter. Ja, da oben ist ein Fledermaus. Und hier ist auch noch eine Truhe mit drei Redstone, wow. So auffällig versteckt und dann drei Stück. Ich habe jetzt vier. Oh, ich darf ja keinen Lock-up-Bahn machen. Hunger Games, Hunger Games Gewohnheit. Ja. Du bist auch noch eine Kiste mit zwei Redstone. Hier ist auch noch mal drei Redstone. Also ich habe jetzt neun Stück. Ich habe sechs Stück. Ja, dann haben wir es ja eigentlich schon geschafft. Ich glaube, hier ist auch noch was im Wasser. Ich glaube, wir brauchen den Rest, den ich mehr zeigen, oder? Sieben. Ja, hier gibt es doch ganz viel. Bestimmt ist noch was hier im Brunnen. Obwohl, da kommt man ja gar nicht mehr raus. Hier hinten ist noch meine Kirche, bestimmt irgendwas. Das ist auch keine Kirche. Das ist auch keine Kirche. Das ist auch keine Kirche. Das ist auch eine Kirche. Ich habe eine Kirche. Ich sage, das ist eine Kirche, da ist das eine Kirche. Wie viele braucht man noch? Wir brauchen 14, ich habe jetzt schon 10, also wir haben schon genug. Ich habe jetzt 12. Er die extra mehr versteckt. Gut, dann können wir es ja jetzt da verlegen. Dann gehen wir es ja noch mal nach. Ich werde es ja jetzt finden. Attacke. Okay. O. Oh, guck mal. Ein Block nach dem anderen. Wunderbar. Ja. Ein Block nach dem anderen hat sich geöffnet. So. Wieso ist hier ein Erdbeer draufgekalt? Und Timeset 20.000. Immer schön springen, damit man schneller ist. Ein Schild, auf dem nichts draufsteht und ein neues Schild, auf dem wiederum nichts draufsteht. Ja. Ein Blau. Falsch. Das war der schwerste Labyrinth ever. Ja, er war. Er war. Was ist hier? Kleines Jump Training. Och ja, das ist natürlich super. Also nicht lieber sowas. Ja. Ein Blau. Warte mal kurz. So kann es weitergehen. Ich habe das jetzt geschafft und ich kann jetzt hier mal die... Äh, wieso bin ich so schnell? Ja, klar. Ach Gott. Das ist ja hier einfach, ne? Ja, ja. Ich guck mal gerade die Tipps nach. Drei Blöcke plus eins hoch. Ach, hier steht nur dran, wie die Sprünge sind. Und ganz viele andere leere Schilder. Zwei Blöcke, ein Block. Ach, so sehr interessant. Und ich kann nicht jumpen. Ach, doch, das kannst du du. Machst das nur noch nicht so oft, du wirst nicht dazu gezwungen. Ich spiele so viele Menschen mit sich Wette zum Jumpen. Jumpen gezwungen. Oh, hier gibt es eine Map-Tour. Oh, hier gibt es eine Map-Tour. Oh, dann muss das mit Anlauf machen. Oh. Er sagt. Ja, ich spreche auch noch ein bisschen rum. Ich habe nicht geschehen oder so. Deins ist irgendwie viel schwieriger. Ja, guck, ich sag doch, das ist zum Quälen für mich da. Nein, wirklich, das ist wirklich schwieriger, Deins. Zwei Blöcke plus ein Zoo. Jesus, das hat nicht gesprintet. Ah, ich liebe mein Leben. So. Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja, und ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Oh, so. Das muss ich hier in einem durchmachen. Ach, nee, auch schon gemerkt. Du, was war aber schlau. Bitte. Kannst du einfach mal weggehen? Du legst dich total ab. Mach dir das einfach einmal vor. Hier, zack. Und dann fliegt man hier gleich nicht ins Wasser, sondern springend. Ach, ich verkackte Netze. Du hast nicht gesprungen. Du hast ein scheiß schweres Jammern, Mann. Wahrscheinlich ist es eh das gleiche und es kommt mir nur schwieriger vor. Da steht da zwei Blöcke plus. Eins, zwei. Ah, drei Blöcke plus. Ja, du schaffst das. Du schaffst das. Nein, du darfst nicht von da springen. Du musst von da unten Anlauf nehmen. Du musst, guck mal, du musst von hier Anlauf nehmen. Ja, ja, ja. Das ist mir schon bewusst. Das hast du geschafft. Ja, ja, klar. Nein, hast du wirklich geschafft. So, und ich hole mir hier mal mein Minecraft. Lups und sub und nein, mein Minecraft. Okay. Minecraft. Minecraft, starte. Danke. Du willst Minecraft, will einfach mal nicht starten. Jetzt kommt die tolle Maptour. Hallo.